Und damit jetzt wieder zurück zu Call of Juarez Oder Juarez So, ich mein es ist gleich wie eben ne? Da kann ich mich dann festhalten? Ne kann ich nicht, okay So Wieso liegt hier einer? Alter der Jetzt habe ich einen Pfeil auf, äh einen Bogen auf 6 Junge Okay geil ich habe eine schallgedämpfte Waffe quasi Ist ja cool Gut wir haben jetzt abtrünnige Apachen, klar was auch sonst ne? Dinge die man halt täglich hat, abtrünnige Apachen Okay Also das Spiel ist sehr seltsam, bin ich ganz ehrlich? Ich habe was ganz ganz anderes erwartet Hier haben wir noch einen Bogen Ist das besser oder schlechter als unsere Bogen den wir jetzt haben? Ja mein Reicht ne? Würde ich sagen Ich mein wir sind ja im Endeffekt sogar äh Selber ein Indianer Weil ich mir jetzt nicht sicher bin ob wir ein Indianer oder ein Mexikaner sind Aber optisch würde ich eher sagen wir sind ein Indianer Das ist natürlich auch nur maximal rassistisch hier das ganze Da ist ne Mine Das ist ne Meile? Vielleicht habe ich es noch vor dem Sturm bis dorthin Was zum Teufel, was haben die denn dort verloren? Sie plündern die Mine? Wenn sie mich bemerken bin ich ein toter Mann Okay, dürfen wir die abknallen oder dürfen wir die nicht abknallen? Missionsziel Einige unbekannte Kerle sind hier bewegt Bewegt dich unbewegt durch die Mine Wenn du in dunklen Bereiche gehst wird dein Charaktereikon dunkler Okay ich bin grad sehr dunkel Du bist für Feine nicht sichtbar So 6 Erstmal wieder unsere leise Nahkampfwaffe Äh unsere leise Fernkampfwaffe nehmen Ich würde sagen wir sind jetzt schon verdammt dunkel ne? So hier müsste ich heller sein ne? Nur bin ich einfach auch nicht 83 Pfeile habe ich Junge? Und soll ich denn mit 83 Pfeilen ne? Leck mich im Arsch, das war doch nicht so hoch Die Gegend kommt mir bekannt vor Wenn der Zug von links kommt, weiß ich sicher wo ich bin Halbes Spiel nochmal nachspielen Junge Ja Eine Freude Äh Ok Wieso bin ich denn nach hier gespawnt? Dieses Mal bin ich nicht sonst immer nach da gespawnt? Ich war grad sehr verwirrt warum ich hier nicht hoch kann Und warum das hier so hoch ist Aber finde ich echt nicht cool das äh Das Spiel sich jetzt gedacht hat Ja Bruder äh Ne Speicherpunkte kennen wir nicht Schnauze Als ob die das da hinten nicht hören würden Dass hier einer rumballert alter Ist am Arsch ey Ja komm weiter Klar aus der Höhe kann ich runter fallen Aus der anderen nicht Wahrscheinlich abtrünnige Sechs Ja hab ich gelernt Ah das sollte hier passieren Ich sollte doch nicht einfach nur runterspringen Okay Brücke L Um Aufzeichnung anzuzeigen Ja brauche ich grad nicht Danke Mach doch Alter Du brauchst nicht hier überall so langsam hochkrabbeln 21 Pfeile Ich wollte grad sagen ich bin gesprunggepenner Meine Güte Du hast so viele dabei alter Schwede hast du viele dabei Ja komm Kann ich überspringen Ja ist ok Ich speichere gleich erstmal Ja ok So 5 Dann hier rüber Dann hier runter Hier hoch Ok hier speichere ich mal kurz Äh Speichern Nämlich da Ja Alter in den Menüs ist der Scheiß so langsam Frage ist ja wo sind die schon überall ne Schnauze Hier kommt noch der ganze Berg runter Kannst du den Zug sehen? Ich sehe überhaupt nichts Hoffentlich weiß nicht was er tut Ich hoffe für ihn dass sich der Überfall lohnt Überfall? Ach wirklich? Mensch Die wollen ja den Zug überfallen Ok nächste Episode scheinbar Junge 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 So gib mal her Die knallen wir einfach rum hier Wir verlieren per Amt Wer du nichts anderes tust als faul rückzusitzen Er hat gesagt wir sollen hier warten Und genau das tue ich Warte mal Was? Zeig doch nicht ich hab da was gehört Woll der Wind gewesen sein Du hast mich exakt angeguckt alter Junge Blitze können in der Position verraten Sie sind nicht in dunklen Bereichen Aber first Hör auf den Scheiß Bogen wegzustecken alter Ich feuer die hier jetzt auseinander Rennen macht sehr viel Lärm und alarmiert Feinde Versuche zu gehen Oder zu schleichen Ne ne das weiß was wie schnell entdeckt werden Mh mh Der Donner übertönt die Geräusche der Peitsche Du kannst sie benutzen ohne bemerkt zu werden Okay Das ist schön Ich wollte mich aber erstmal eigentlich noch hier umgucken Und ich hätte gerne meine Pfeile eigentlich wieder 80 81 82 83 So Und ich hätte gerne wieder ne rostige Frontierpistole anstatt äh Dem anderen Schrott den ich hier hatte Oder hat einer von euch ne vernünftige Kniffte Oder hat einer von euch ne vernünftige Kniffte Autosave Die da oben haben wir schon mal kalt gemacht Autosave Die da oben haben wir schon mal kalt gemacht Ich würde sagen so 2013, 14 rum haben alle Spieler angefangen einen Bogen zu hören Der Sturm kommt auf Wie kann die Blitze schon sehen Kannst du dich noch an den Sturm von 67 erinnern? Ein Blitz hat ihn nicht Wie ist er erwischt? Den gegrillt Kannst du ein einziges Mal deine Klappe halten? Hast du den Blitz gesehen? Der hat bestimmt einen Baum erwischt Und fackelt jetzt den Gang Der fackelt dir gleich was ganz anderes ab Wenn du nicht endlich die Klappe hältst Der ganze Wald Geh! Fahne! Der hat ein Blitz Pssst, alles ist gut. Alles ist gut, Freunde. Es ist gar nichts geschehen. Legt euch wieder hin. Also das habe ich vorher, ich hatte nicht dieses Mal, aber nächstes Mal macht ihr das selber, ja? Seid ihr ja schon groß. Was war da? Hallo? Normale Frontierpistole, ja. Hätte ich gerne auf A2. Die ist nämlich nett kaputt. Hier ist eine... Nee, das wollte ich nicht. Scheiße. So. Das ist nämlich eine rostige gewesen. Genau. Was hast du da? Eine reguläre. Ich glaube, das war auch eine reguläre. Ja, das war auch eine reguläre. Meiner. Wir sind immer noch full live. Wir haben jetzt eine doppelläufige, eine abgesägte, glaube ich. Das ist eine kurze. Was war das denn jetzt? Ich ziehe mal wieder einen Bogen. Und ich speichere gleich mal. Nachdem ich hier durch bin. So, ich würde sagen, hier speichern nochmal. So, speichern. Ja. Okay, dann wollen wir mal weiter. Dahinten wird es ja genauso weitergehen wie bis jetzt, schätze ich mal. Und dann hat er gesagt, und Sie wissen, was er gesagt hat, dass ich bescheiße. Und ich habe die Pappnase angeschaltet und habe gesagt, was? Ich habe es so getan, als wüsste ich nicht, was er meint. Und weißt du, was ich dann gesagt habe, Eli? Ich habe gesagt... Eli? Eli, wo zum Teufel steckst du? Warte! Mhm, gibt's ja. Wie lange müssen wir noch? Ah, arschkalt ist es. Was? Okay, warum liegt der hier eigentlich? Für sowas bin ich zu alt. So, genau. Lass uns mal geblitzt haben. Dann mache ich hier mal Auge. Da sitzen zwei. Da läuft einer. Da ist ein Pferd. Da sitzt noch einer. Da sitzt noch einer. Da ist dann ein Pferd. Da sitzt noch ein Pferd. Da ist dann ein Pferd. Da ist die Pferd. Da ist dann ein Pferd. Oh, 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 oh. Sind hier noch welche? Also von der Musik her ja Ich lad mal kurz hier über HP ein Sehr schön, meine fressen, bisschen laut hier alles, aber ey Hat funktioniert, ne? Ich muss sagen, mir gefällt der Bogen richtig, richtig gut Das ist eine klasse Waffe Aber wenn ich es nicht ganz so gut finde, dass sie trotzdem ziemlich gut zuhören, dann können wir die Schüsse herkommen So Wir looten hier mal eben alles Hier kann ich auch mal ein bisschen ausprobieren Ja, ist bestimmt super Hallo Goal Egal Ich würde sagen, es reicht für diesen Part Beim nächsten Mal gehen wir hier weiter Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss